Jo liebe Freunde, euch allen ein frohes neues Jahr und aber herzlich willkommen zur ersten Folge des Daily Shops hier im neuen Jahr. Ja, ich hoffe ihr seid alle gut ins neue Jahr reingekommen, habt alle schön gefeiert. Jetzt ein erfolgreiches und schönes Jahr 2019, ich wünsche euch das auf jeden Fall. Und auch weiterhin werde ich natürlich euch jeden Tag den neuen Shop vorstellen. Ich bin jetzt auch gerade von der Feier nach Hause gekommen und werde euch jetzt natürlich trotzdem hier den neuen Shop in Fortnite wie jeden Tag vorstellen. Also falls ihr neu seid, lasst natürlich gerne ein Abo da und ja, ich würde sagen wir fackern gar nicht lang rum, sondern zeigen direkt den neuen Skin. Wir haben nämlich heute einen ziemlich cool neuen Skin drin, den DJ Bob, ein neuer legendärer Skin für 2000 Vibergs, auch mit einem ziemlich geilen Backpack dazu. Ich zeige erstmal kurz den Skin, das ist auch ein Bären-Skin, also der vierte oder der fünfte, ich glaube der fünfte Bären-Skin, oder? Ich glaube es gibt jetzt dann mit dem fünf Bären-Skins, also ich glaube es gab ja diesen Halloween-Bären-Skin dazu, noch diesen Zombie-Bären. Genau, ich glaube damit sind es dann fünf Bären jetzt mit diesem neuen Skin. Er hat auch noch ein Backpack dazu und zwar so eine Art Disco-Kugel, allerdings dreht sich die dieses Mal und sie leuchtet auch so. So, ich zoome mal ein bisschen ran, dann seht ihr das, sie ist jetzt so strahlend raus. Ja, finde ich, sieht ziemlich cool aus, ist immer wieder ein schön aufwendiger Skin und auch hier mit diesen ganzen leuchtenden, animierten Kleidungsstücken. Also ja, finde ich, sieht ziemlich cool gestaltet aus, ist auf jeden Fall sehr aufwendig gemacht, deswegen 2000 Vibergs da auf jeden Fall in Ordnung. Und by the way Leute, wenn ihr mich unterstützen wollt, dafür, dass ich hier jede Nacht für euch aufstehe und euch den neuen Fortnite-Shop zeige, dann könnt ihr gerne mich als Creator eintragen. Einfach nur kurz in den Fortnite-Shop gehen und hier Snoxy als Creator hinzufügen, gerne auch mal nachschauen, falls ihr das in der Vergangenheit schon mal gemacht hattet, ob es denn noch eingetragen ist. Denn alle 14 Tage setzt sich das zurück, also geht gerne nachher einfach mal ganz kurz hier unten rechts auf Unterstützung, ein Creator, tragt dort Snoxy nur ein, würde mich auf jeden Fall unendlich doll supporten. Deswegen danke an jeden ehren Mann, der das Ganze macht und dann machen wir weiter mit den Clown-Skins, die wir heute drin haben. Das ist einmal der männliche Clown-Skin für 1500 Vibergs, gleicher Preis auch für die weibliche, der Kuckuck, beide haben so Ballonfiguren auf dem Rücken. Dann haben wir noch die Spitzhacke drin, nämlich die quietsche Spitzhacke für 1500 Vibergs und die, würde ich sagen, ist ein bisschen spezieller wegen dem Sound. Denn ich weiß, einige Leute finden den Sound eher nervig, ich hatte in den Streams, als ich die Hacke benutzt habe, immer wieder Leute im Chat, die meinten, oh, bitte eine andere Hacke, der Sound nervt mich, also falls euch der Sound irgendwie nervt, dann würde ich die Hacke eher nicht empfehlen. Wenn ihr den trotzdem cool findet, dann ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Hacke, auch wenn sie natürlich einen ziemlich ordentlichen Preis hat, muss man sagen. Dann haben wir noch im nächsten Slot den Yeehor-Skin, ein ziemlich lustiger Skin für 1500 Vibergs, das ist dieser Default-Skin, der so ein umgeschnalltes Lama hat. Ja, finde ich ganz, ganz nice gemacht. Dann haben wir noch die Nachtäule drin für 800 Vibergs, die würde ich eher nicht empfehlen, ich weiß nicht, ich finde die Hacke jetzt nicht so geil gestaltet. Da gibt es diese Wukong-Hacke, die ähnlich aussieht und dafür noch so glüht, wenn man mit ihr schlägt. Die finde ich da ein bisschen cooler, obwohl der Sound eigentlich noch auf jeden Fall in Ordnung ist. Dann haben wir noch den Lightshow-Skin drin, ein relativ preiswerter Skin für 800 Vibergs. Dann haben wir noch die Disco-Party, ein sehr, sehr cooler Emote für 800 Vibergs, auch gut passend zu dem neuen DJ Bob-Skin. Ich spiele mal ab. Mit so einer lustigen Musik dazu, ja, 500 Vibergs sind auf jeden Fall in Ordnung. Und dann haben wir noch im letzten Sound des heutigen Tages den Leuchtflug drin für 500 Vibergs. Ähm, ja, relativ simpler Gleiter, passend halt zu diesem Neon-Set, finde ich in Ordnung, aber würde ich jetzt nicht unbedingt hier groß empfehlen. Und, ja, das war es dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne jetzt auch noch abonnieren. Und auch wieder rechts um abstimmen, wie ihr den heutigen Shop so fandet, also top oder flop. Und, ja, ich bedanke mich für's Zuschauen und ich hoffe, ihr habt alle einen guten Start ins neue Jahr gehabt. Ich habe ja zusammen hier mit Jesse und Ihren, ihrem Freund, irgendwie gefeiert. Also, ich bin ja gerade zu Besuch in Österreich, deswegen auch hier das andere Mikro und das andere Setup. Ich kann nämlich bei Jesse aufnehmen. Deswegen nochmal vielen lieben Dank an sie, dass ich das hier überhaupt machen darf. Falls ihr sie noch nicht kennt, ich packe ihren Kanal gerne mal unten in die Videobeschreibung und könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Einfach Jesse heißt sie auf YouTube. Und, ja, damit ich sagen, habt alle noch einen entspannten Tag, einen guten Start jetzt ins neue Jahr. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den DJ Bob-Skin so findet. Und dann hören wir uns morgen wieder zum nächsten Lady Shop und bis dahin macht's gut. Tschüss!